Der Hexenjäger lebt. Mit ihm kommt das Grauen. Der Wahnsinn. Ihn hat die Hölle ausgespuckt. Dieser Mann ist der Tod. Wie heißt du, Mensch? Das ist ja ein... Seid nicht still. Sollen wir ihn sein schändliches Werk vollenden? Lassen wir ihn zur Hölle, bevor er gekommen ist. Haben Sie uns noch etwas zu sagen? Ja, das habe ich. So gewiss, wie das Dorf Arkham sich gegen mich versporen hat, werde ich auferstehen. Ich werde auferstehen von den Toten und zurückkehren nach Arkham. Und jeder von euch, Ezra Whedon, Michael Smith, Benjamin West, Brian Willett. Jeder von euch und eure Kinder und eure Kindeskinder werden durch das, was mir in dieser Nacht angetan wird, furchtbares Leid ertragen müssen. Ihr werdet von dieser Nacht an bereuen. Auf ewig soll mein Fluch auf euch lasten. Geh weg. Geh sofort in das Zimmer, du Biest. Der Hexenjäger lebt. Mein Gott. Joseph Körben! Der Hexenjäger! Er kommt zu Ihnen! Er kommt zu Ihnen! Ich bin völlig sicher.